das ist nur die selbe map ok ja wir müssen hier dicht machen weil sonst gehen die wieder hier die um die city was ich denke oh scheiße müssen wenn ich jetzt schon boss schilder mal ein bisserl vor der spiel ich dabei der kleine oh scheiße oh scheiße der kommt ein bisschen schnell was ist denn hier los locker zack ich flocke hier ist was anders wo ich werde hier penetriert holy shit so magic dürfen wir auch nicht benutzen scheiße oder was hält aber so aus guten morgen oh scheiße wir sollen ihn aufhalten mit gift mit gift halten wir den auf ist ganz einfach so vergifte diesen arsch hier so was ist mit dem schauen wir mal also 20 der mensch hätte auf scheiße und die monster was bei ihm in der nähe sind kriegen auch noch weniger damage also wie man den aufhalten das war es jetzt ehrlich gesagt net wo das wieder problem der boss ist ein problem leute wo ich weiß nicht wie denn aufhalte mal das mal zwei raus geld broma die kleinen kommen immer von alleine hier bis das gefühl man kann ihnen verkaufen oder was sagt gott ja den boss werden wir nicht schaffen da müssen wir die taue erst abkühlen so geht es nicht leute so geht es nicht tja das ist leider nicht machbar holy der hund ist hart wow baby der haut rein risad braun hätte im moment nehmen wir müssen exit exit to maps so wir müssen upgraden sonst kriegen wir das nämlich nicht hin holi kann ich das da auch machen ja das können wir auch machen also hier kriegen wir geld ja dann machen wir das da difficult hard okay was ist das da hier haben wir noch was difficult medium und du difficult easy fangen wir mit easy an ja da kriegen wir geld wir brauchen geld zum upgrade ist ganz einfach sonst kann ich das nicht machen so schauen wir sie das ganze an die kommen hier rein haben wir mal den hin so hier hinten einen hin hier machen wir ordentlich mums bums da haben wir den drauf jetzt kommen fliegen die auch noch ok naja die lassen wir mal rein hier alle das ist jetzt kein problem ich brauche Geld so so drauf da die bombe dass ein bisschen damage da ist den reste machen schon die tor das ist nicht das problem next wave haben wir auch rein so hier habe ich nur stärkere tower was ist das da increase the range of the tower bei 30 prozent das ist aber auch nicht unsauber das machen wir leute das machen wir auch geld auch geld habe ich gesagt so range so wenn man das hier platt machen kriege ich nämlich kohle also bis jetzt sieht es nicht so schlecht aus ist nicht so schlecht wir müssen jetzt natürlich die tor ein bisschen upgraden einmal upgrade so mehr geht nicht upgrade ladies und mein upgrade so und hier auch gleich noch ein bisschen kohle bäune und noch mal upgrade so next wave locker tacky flocke geht es leute überhaupt kein problem so die abkühlen wir natürlich genauso so da helfen wir müssen mit hier bei diesen kleinen bastarden die sind mich echt lästig das problem ist nur die halten arschflos so wir müssen dann upgraden ich brauche 30 wumse bumsig kohle hammer läuft also den tower den werde ich bevorzugen das ist der billigste tower auch billig tower genannt aber hey er haut auch gut rein so und die zwei müssen wir jetzt natürlich auch noch kriegen jetzt kommen die die halten extrem viel aus das ist grauslich so leute wie machen wir das wenn wir hier nur einen hin wo die haut die haben wirklich gut rein die gegner hier das muss man sagen soll dass man fliegende schon mal rein jetzt muss über aufpassen dass mir in die fresse kriegen fliegende sinne das problem wird er schießt auch auf fliegende das ist der vorteil das läuft eigentlich richtig prall hier ab und setzen wir hier hin wenn man auch gleich upgraden da läuft letzte wave überhaupt kein problem hier da geht es jetzt nur ums geld verdienen irgendwie hier kein achievement kein verbotenes zeug das läuft so was ist jetzt hier wow ja da kriegen wir sachen und mit dem scheiß kann jetzt upgraden was denn das für ein freund hier wow rocket tower oder was long race tower with a slow rat of fire attacking troops aha aber nur bodenziele glaube ich ne only land based oh gott gibt es hier was auch dann was ist das für ein scheiß hier magic light invisible enemies oh gott fängt das auch schon an oh das ist dreckig das ist wirklich dreckig aber das behalte mal so 100 gold das ist klar das können wir verwenden so schaffen kriege das jetzt oder was hallo ich will die sagen wie kriege das muss ich auf schaffen drücken ach so ich kriege nur ein paar davon okay dann muss ich zahlen dafür was für ein scheiß dann nehmen wir das poissenthaler ja ich nehme prinzipiell mal alle 100 jetzt muss ich geld zahlen dafür are you sure ja das möchte ich so dann haben wir Geld gekriegt der hat sie rentiert ja der hat sie auch rentiert leute und jetzt haben wir anscheinend verdrückt oder wir kommen weiter keine ahnung wir sind level 5 also das haut hin so das heißt ich kann irgendwo was neues machen wir können hier einen besseren tower machen besseren poissenthaler aber das will ich gar nicht ich will zu meiner forge lasst mir zur forge und zwar möchte ich den tower hier wo ist mein level 3 das ist der beste tower hier zack ein bisschen verbessern und wir nehmen da den gibt es das muss ja auch gehen level 368 wir kommen voran effizienz plus ja habe ich das jetzt auch ja warte mal ich kann da glaube ich nur den gleichen hin scheiße das funktioniert nicht ne 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 also noch mal forge also evolution dann machen wir das anders wir machen den da ein den da rein okay so da machen wir den anderen rein so und dann geht der rauf auf level 2 so funktioniert so das kostet mal 250 billig ist aber was anders so läuft läuft jetzt kann er level 2 oder macht er auch schon ordentlich damage so den nehmen wir mal rein was haben wir noch für karten gucken wir mal hier was ist das der slowing tower ja den brauche ich nicht ja sonst läuft es aber ne history das brauche ich nicht history ist nur das was ich gekriegt habe wahrscheinlich magic ja soweit läuft es leute ich brauche halt mehr karten das heißt wir sollten uns karten kaufen talente so jetzt habe ich die 5er frei was ist hier mehr silber das ist gut forge service wird billiger und hier und slot for magic ja wir brauchen aber 1000 das ist ein teurer spaß lol ist es teuer ja kann ich mir nicht leisten alles klar können wir hier irgendwas kaufen ich glaube wir sollten das geld einfach behalten so wir sollten das behalten ist kein problem ups das war der verkehrte wo waren wir denn hier den haben wir gemacht oder neben medium den ja den haben wir gemacht steht aber gar nicht da dass man den gemacht haben das müssen wir dann offensichtlich so oft machen bis man es kriegen oder so irgendwie egal wir machen jetzt medium dann wird es ein bisschen zackiger so schauen wir uns den level mal an das ist wieder ein anderer level genauso beschissen aber so hier kriegt der range noch klar upgraden noch mal kann man nicht upgraden sonst ist die frage wo die lang gehen hier muss sie zu machen ne warte mal also hier kommen die penner oh nö das ist ja ich hab das verwechselt dann müssen wir hier zu machen oder so irgendwie dann gehen sie hier runter okay also es ist nicht verhaut aber es ist ein bisschen beschissen weil ich helfe hier mal mit mit einer bombe so das haben wir so dann machen wir hier mal dicht so dass die ein bisschen anders gehen müssen weil das passt mir so nicht die kleinen können wiederkommen das ist kein problem ja ja der coming das ist mir schon klar was kommt jetzt irgendwelche schweren aber das haut auch hin so haben wir die mal upgraden hier die gehen aber trotzdem hier entlang das geht man nicht kann sein hier next wave aber egal so lange es funktioniert ist mir das schnurzpiepe haben wir die bombe da mal hin ein bisschen die beschädigen dann geht das next wave so dann kriege ich wenigstens kohle und nochmal next wave so und jetzt schauen wir sie das an hier haben wir mehr range range ist sehr gut oh jetzt kommen die dicken jetzt muss ich mich beherrschen hier mit schnell sonst kriegen wir auf die fresse so der nächste wave lassen wir aber schon mal rein das geht so ich kann wieder ein tower den werden wir hier machen oh gott die kommen hier runter ich muss die bombe hier zum mithelfen ja der haut aber gut rein der tower das zumindest also der läuft der läuft butterweich so nächste wave logge jetzt geht das hier voran und die werden wir auch gleich abgehen nächste wave na und nächste wave jetzt übertreiben es mal richtig und nächste wave ja im moment geht das eigentlich butterweich ähm dann gehen wir hier hin gleich die nächste wave so drauf da mit der bombe kein problem noch eine wave wir werden hier ordentlich Asche ernten und noch eine wave so und die 17er hauen wir auch noch gleich runter ich mach genug damage das ist jetzt alles kein problem easy beasy squeezy so ich bräuchte da nur einen tower zum hinsetzen wo? machen wir das hier schönes plätzchen so die 18er wave so fertig final wave los geht die party die lassen wir mal durchflitzen hier ja die sind kein problem unsere tower machen das locker zack ich flocke die hauen richtig gut rein ey das sind unsere super tower ja schön verdient so und jetzt muss ich mal anschauen was es hier gibt so blessed hammer was ist das für ein scheiß okay das ist zum upgraden super also geld 400 silber 100 silber und 2 sterne da ist viel drin wir können halt nur so viel nehmen wie wir geld haben so collect den kriege ich 150 nehmen wir nochmal zack ach scheiße das ist die flugabwehr den verkaufen wir gleich brauche ich nicht so 300 einmal leisten wir uns noch und den haben wir okay der ist gut der ist gut Leute so und ich habe mich vorher nicht verdrückt sondern wir sind automatisch raus weil ich keine kohle mehr hatte so jetzt steht das hier als gemacht aber das hier habe ich auch schon gemacht warum steht das hier nicht check it ja gut es leuchtet blöd aber das tut alles hier blöd leuchten so was können wir jetzt hier machen ich kann jetzt sicher upgraden oder forge warte mal gehen wir in die forge das ist ein bisschen undurchsichtig das ganze hier äh so wir nehmen den da wieder und dann geben wir dem den hammer und schauen wir mal was das bringt 20% mehr effizienz und level 5 ist der scheiße ja und wie wir das nehmen are you sure du want to fuse yeah baby yeah so der ist level 5 den haben wir jetzt auf max level der gibt jetzt richtig wummsbombs hier aber so richtig was haben wir noch für karten jo das läuft so was können wir nochmal machen Geld habe ich ja keins mehr alles klar wir machen wieder mal einen cut wenn es euch gefallen hat abonniert mich liked mich schreibt einen kommentar ich würde mich wirklich drüber freuen bis zum nächsten mal euer zocker andy von gameplay deluxe tschüss lasst bei kontakt aus Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020